Das Glück, sich selbst zu entdecken Achtsamkeit und Meditation machen uns mit unseren Gedanken und Gefühlen vertraut und ermöglichen eine Wahrnehmung der Dinge, wie sie wirklich sind. Indem wir uns auf den jetzigen Moment konzentrieren, zähmen wir den Affengeist, der in unserem Kopf hin und her springt. Achtsamkeit als Forscherhaltung Achtsamkeit ist eine Forscherhaltung. Zu den ersten Entdeckungen gehört, dass der Blick nach innen uns bereichert und uns eine üppige Auswahl an Möglichkeiten zu denken und zu handeln eröffnet. Achtsamkeit ist keine weltabgewandte Haltung mit engen moralischen Anforderungen. Ganz im Gegenteil, sie ist eine intensive Erkundung des Lebens, die den Blick nach innen richtet und so zur Ergänzung und Erweiterung unserer Möglichkeiten im Außen beiträgt. Wir sind es gewohnt, schnell zu urteilen, einzuteilen in mag ich und mag ich nicht und unsere Aufmerksamkeit sofort dem nächsten Reiz zuzuwenden. Deshalb ist es am Anfang schwierig, konzentriert zu bleiben und einfach nur wahrzunehmen. Doch mit der Zeit finden wir immer mehr Spuren, die zu unserem Inneren führen. Das ist sehr interessant, weil wir nach und nach viel über uns lernen. Dass wir dabei auch unsere Schwächen entdecken, macht es zwar nicht immer einfach und erfordert manchmal auch viel Mut. Doch dran zu bleiben lohnt sich und hilft uns so zu akzeptieren, wie wir sind und echtes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wer sich entdeckt, sich seiner selbst bewusst wird, der beginnt auch freundlicher mit sich und anderen umzugehen. Auf Erkundungstour gehen Das zurzeit wohl weltweit bekannteste und erfolgreichste Programm zur Stressreduzierung heißt MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction. MBSR umfasst ein achtwöchiges Training, bei dem täglich rund 45 Minuten lang die Aufmerksamkeit für die Selbstwahrnehmung geübt wird. Der Biologe John Kabat-Zinn hat es Ende der 1970er Jahre an der University of Massachusetts entwickelt, um Patienten mit chronischen Schmerzen zu behandeln. Seitdem hat es einen Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Die Methode wird heute nicht mehr nur bei Patienten mit chronischen Schmerzen angewandt, sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen wie dem Burn-out-Syndrom oder Depressionen. Betrachten Sie eine Rosine. Mit dieser Aufforderung beginnt die erste Lektion der Achtsamkeitsschulung von MBSR. Die Übung eignet sich hervorragend für den Einstieg in eine achtsame Selbstwahrnehmung. Dabei kreist die ganze Aufmerksamkeit um eine Rosine. Wenn Sie Rosinen nicht mögen, können Sie genauso gut ein anderes Lebensmittel wählen. Wie sieht die Rosine aus? Wie fühlt sie sich an? Wie duftet sie? Wie schmeckt sie im ersten Moment? Wie verändert sich der Geschmack nach einer Minute, nach zwei Minuten? Es ist eine sehr genaue Untersuchung, die alle Sinne erfasst und voller Überraschungen steckt. Probieren Sie es einfach mal aus. Die genaue Anleitung finden Sie auf der beiliegenden Übungs-CD. Die Rosine lädt Sie ein zu einem ersten vergnüglichen, spielerischen und sinnlichen Einstieg in die Achtsamkeitsschulung. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sinneswahrnehmungen und beobachten Sie sich dabei ganz genau. In der Rosinenübung sind drei wichtige Elemente enthalten, die Sie für alle Achtsamkeitsübungen und auch für Meditationen brauchen. Die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit auf ein Objekt, das Verweilen der Konzentration darauf und das Nichtwerten. Das Wesentliche der Achtsamkeitspraxis liegt nicht im Objekt, auf das Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Es spielt also keine Rolle, ob Sie sich auf eine Frucht, Ihren Atem, ein Geräusch oder eine Bewegung konzentrieren. Entscheidend ist die Qualität der Aufmerksamkeit, die Sie aufbringen. Jede Form der Wertung stört die Beobachterposition, denn sie lenkt vom Wesentlichen ab. Wenn Sie zum Beispiel denken, die Rosine schmeckt ja viel süßer als ich dachte, kommt Ihnen als nächstes vielleicht schon in den Sinn, dass Sie die Süße von Schokolade bevorzugen würden, dass Ihre Kollegin neulich keine wirklich leckeren Pralinen zur Besprechung mitgebracht hat, dass diese Arbeitsmeetings in letzter Zeit immer uneffektiver werden. Weisheitsgeschichte Ein Mönch kam auf seiner Wanderschaft in ein kleines Dorf. Die Bewohner freuten sich über den Fremden. Endlich konnten sie jemandem all die Fragen stellen, die sie schon länger bewegten. Eine Frage lag ihnen besonders am Herzen. Welchen Sinn siehst du in deiner stillen Meditation? Der Mönch, der gerade Wasser aus dem Brunnen schöpfte, überlegte einen Moment. Dann sagte er, Schaut in den Brunnen. Was seht ihr? Die Menschen schauten in den Brunnen. Wir sehen nichts, antworteten sie. Dann seht jetzt noch mal hin, riet der Mönch. Sie schauten noch mal in den Brunnen. Und jetzt antworteten sie, wir sehen uns selbst. Als ich vorhin das Wasser aus dem Brunnen schöpfte, war es unruhig. Jetzt ist es ruhig. Das ist die Erfahrung der Meditation. Wenn der Geist zur Ruhe kommt, dann sieht man sich selbst. Und jetzt wartet noch eine Weile und schaut dann wieder in den Brunnen. Jetzt sehen wir den Grund des Brunnens, sagten die Menschen. Dann habt ihr das Geheimnis von stiller Meditation erkannt. Wer lange genug wartet, der sieht auf den Grund aller Dinge, erwiderte der Mönch. Ruhe und Einsicht entwickeln Meditationen sind das Herzstück der Paramita Dhyana. Sie helfen dabei, Konzentration zu entwickeln und die Natur des Geistes zu ergründen, um zu innerer Ruhe und Einsicht zu gelangen. Zwar gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von Meditation, doch sie alle lassen sich im Grunde zwei Richtungen zuordnen. Samatha, die Ruhemeditation. Die Konzentration zielt bei der Samatha-Meditation auf ein Objekt, und zwar in seinem statischen Aspekt, wie bei der Konzentration auf einen Punkt. Als Konzentrationsobjekte eignen sich Kerzen, Bilder oder Mantren. Wenn sich die Konzentration mehr und mehr in ein Objekt vertieft, wird der Atem immer ruhiger und der Geist konzentrierter. Vipassana, Die Einsichtsmeditation Bei der Vipassana-Meditation steht die Beobachtung der Veränderung im Mittelpunkt. Der Fokus ist ganz auf den Moment der Veränderung ausgerichtet. Konkret heißt das, wer Einsichtsmeditationen praktiziert, muss den Geist ruhig und konzentriert halten und gleichzeitig alle Empfindungen, Gedanken und auftauchenden Bilder wahrnehmen. Vipassana-Objekte sind ihrer Natur nach unbeständig. Der Meditierende beobachtet, wie Gefühle kommen und gehen. Er kann sie beobachten, ohne sich einzulassen, ohne zu werten, ohne etwas abzumildern oder zu verstärken. Einsicht entsteht durch die direkte Erfahrung der Realität, also dessen, was im gegenwärtigen Moment geschieht, ohne Denken und Bewerten. Die Erkenntnis, dass nichts für sich gesehen positiv oder negativ ist und erst dadurch zum Problem wird, dass wir es werten, beruhigt und senkt den Stresspegel. Das spürt jeder, der meditiert. Die beiden Meditationsrichtungen sind aber nicht starr, sondern so durchlässig, dass wir auch von der Samatha auf die Vipassana-Meditation umschalten können. Dazu müssen wir lediglich die Art der Aufmerksamkeit ändern, von der ruhigen Wahrnehmung und Beobachtung hin zum Aufspüren von Veränderungen. Das gelingt besonders gut mithilfe des Atems. Wir können einfach eine Zeit lang das Heben und Senken des Brustkorbs aufmerksam wahrnehmen und anschließend genau beobachten, ob und wie sich der Rhythmus oder eine andere Qualität des Atems verändern. Den Atem wahrnehmen und beeinflussen Über den Atem als wichtige Quelle unserer Lebensenergie machen wir uns selten Gedanken. Würde der Atem nur funktionieren, wenn wir ihn bewusst steuern müssten, wären wir überfordert und würden das wohl nicht lange überleben. Zum Glück fließt der Atemrhythmus aber unwillkürlich, weil er vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird, dass zur inneren Selbstregulation der lebenswichtigen Funktionen wie Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Verdauung und Stoffwechsel dient. Es stellt so einen reibungslosen Ablauf des Zusammenspiels aller Organe sicher, ohne dass wir eingreifen müssen. Der Atem kann aber noch mehr. Er bildet gleichsam eine Brücke zwischen Körper und Geist, verbindet beide und kann sie in Einklang miteinander bringen. Indem wir ihn genau beobachten, kann er uns auf unsere seelische Verfassung aufmerksam machen, denn er spiegelt unser Befinden. Sind wir ausgeglichen, fließt der Atem sanft und regelmäßig. Sind wir nervös oder ängstlich, atmen wir unruhig, flach und schnell. Bei einem großen Schrecken kann die Atmung sogar kurzfristig aussetzen oder stocken. Der Atem spiegelt aber nicht nur unser Befinden, wir können ihn auch zeitweise selbst steuern und ihn wunderbar wie ein Werkzeug nutzen, um unsere Verfassung zu beeinflussen. Denn eine tiefe, gleichmäßig ruhige Atmung ist das beste Rezept für körperliches und seelisches Wohlbefinden, da sie Stress ausschließt. Nehmen wir beispielsweise bei Angst oder Hektik unsere entsprechend kurze und unruhige Atmung wahr, können wir schon durch ein paar tiefe Atemzüge bewusst gegensteuern und so ruhiger werden. Oder wenn wir im stressigen Alltag eine Ruhepause brauchen, eignet sich eine kurze Auszeit, in der wir tief durchatmen, ideal zum Auftanken. Wer anfängt zu meditieren, muss mit Ablenkungen und inneren Widerständen rechnen. Dazu gehört die Erfahrung, wie schwierig es ist, seinen Geist länger auf ein Objekt zu konzentrieren und dabei zu bleiben. Im Buddhismus nennt man dieses Phänomen Monkey Mind oder Affengeist. Wie ein Affe von Ass zu Ass turnt, springt unser Geist von einem Gedanken zum anderen. Denn unsere Aufmerksamkeit ist sprunghaft und schwer zu halten. Meditation schult sie darin, sich beim Denken zu erwischen und wieder zum Objekt ihrer Aufmerksamkeit zurückzugehen. Wenn sie ihre Konzentration auf den Atem verlieren, schaltet sich ihr Denken ein. Ihnen werden Dinge einfallen, die vor ihnen liegen. Vielleicht taucht auch etwas aus der Vergangenheit auf. Möglicherweise knüpft sich daran eine weitere Erinnerung. Dann geschieht wieder ein Sprung in die Zukunft, zum Beispiel der Gedanke an einzuhaltende Verpflichtungen. Und schon meldet sich wieder die Vergangenheit mit einem schlechten Gewissen wegen unerledigter Arbeiten. Und so geht es munter hin und her. Obwohl die eigentliche Aufgabe während der Meditation die nicht wertende Konzentration auf den Atem ist, erhebt unser Gehirn alle nur denkbaren Einwände. Ist das langweilig? Das bringt doch eh nichts. Das kostet mich zu viel Zeit. Mir tut der Rücken weh. Jetzt ist der Fuß schon wieder eingeschlafen. Dann kommen die Ablenkungen durch Gedanken an Vergangenes und Zukünftiges dazu. Ich muss nachher noch einkaufen. Hätte ich doch bloß nichts zu Katharina gesagt, sicher bekomme ich noch Ärger. Was gibt es wohl zum Mittagessen? Die Ablenkungsmanöver unseres Geistes sind zahllos. Die Gedanken selten wichtig oder konstruktiv, aber dafür umso hartnäckiger. Währenddessen entgeht uns völlig, was in diesem Moment, im Jetzt passiert. Die Gegenwart nehmen wir nur selten bewusst wahr. Das wäre weniger schlimm, wenn wir diese Eigenart ausschließlich in unangenehmen Situationen und zur Ablenkung nutzen könnten. Doch auch die schönsten Momente entwischen unserer Wahrnehmung, seien es die Freude über ein Wiedersehen, das Glück angesichts eines unerwarteten Anrufs oder die Erleichterung nach einer bestandenen Prüfung. Der Monkey-Mind bringt uns auch um das volle Auskosten der schönen Augenblicke in unserem Leben. Und wir beschneiden unser Vergnügen selbst, wenn wir nicht gegensteuern. Ruhe einkehren lassen. Dafür sind Achtsamkeitsübungen und Meditationen das ideale Mittel. Denn durch mentales Training können wir die affenähnliche Natur unseres Geistes erkennen, akzeptieren und zähmen. Deshalb heißt es, freundlich aber bestimmt alle Gedanken ziehen zu lassen und immer wieder zum Atem, zum jetzigen Moment zurückzukehren und die Übung erneut aufzunehmen. Gönnen Sie Ihrem Monkey-Mind Zeit, sich an die ungewohnte Ruhe zu gewöhnen. Und seien Sie dabei geduldig und freundlich mit sich selbst. Die Atem-Meditation ist, sobald Sie etwas Übung haben, an keine Körperhaltung, an keine Zeit und an keinen Ort gebunden. Ob Sie an der roten Ampel stehen, auf den Bus warten oder in der Schlange im Supermarkt nur langsam vorankommen, immer wieder bieten sich Gelegenheiten, den Atem zu beobachten. Niemand erkennt, was Sie tun, wenn Sie sich einfach für einige Momente auf das Ein- und Ausatmen konzentrieren. Und schon nach kurzer Zeit sind Sie in einer anderen Verfassung. Spuren im Gehirn Für die Wirkung der Meditation interessiert sich auch die Wissenschaft. Während die ersten Forschungen nur mit tibetischen Mönchen und Langzeitmeditierenden gemacht wurden, die mindestens 10.000 Stunden Meditationserfahrung hatten, wird in neueren Studien oft mit Probanden gearbeitet, die nur ein Kurzzeittraining hinter sich haben. Trotz dieser gravierenden Unterschiede wird bei allen Testpersonen dieselbe Tendenz beobachtet. Jeder, auch wenn er erst seit wenigen Wochen meditiert, fühlt sich weniger gestresst und insgesamt wohler. Sogar eine einmalige Unterweisung in einer Meditationspraxis macht Menschen freundlicher und großzügiger. Dass Meditationserfahrung einen ausgleichenden Einfluss auf Körper und Psyche hat, ist mittlerweile auch unter Wissenschaftlern keine Frage mehr. Und da diese Phänomene so interessant sind, gibt es immer mehr beachtenswerte Untersuchungen. Um zu überprüfen, ob Meditierende in der Lage sind, sich besser zu konzentrieren als Nicht-Meditierende, entschied man sich für den Stroop-Test. Dieser wird üblicherweise eingesetzt, um Konzentrationsstörungen zu untersuchen. Das Verfahren nutzt das Phänomen, dass trainierte Handlungen nahezu automatisch ablaufen, während Ungewohnte mehr Aufmerksamkeit und eine längere Entscheidungsphase erfordern. Gemessen wird beim Stroop-Test die Fähigkeit, Handlungsimpulse zu kontrollieren. Dafür soll der Proband so schnell wie möglich die Farbe benennen, in der ein Wort geschrieben ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Schriftfarbe meist nicht dem Farbwort entspricht. Stellen Sie sich vor, Ihnen wird das Wort grün gezeigt, das jedoch in blauer Farbe geschrieben ist. Dann wäre blau natürlich die richtige Antwort, aber die Versuchung, grün zu lesen, also spontan die Farbe zu nennen, ist enorm groß. Es erfordert erhöhte Konzentration, die automatische Antwort zu unterdrücken. Dementsprechend hoch ist die Fehlerquote in einer untrainierten Gruppe. Der Test ist eine echte Herausforderung. Gegen den Automatismus Um die Veränderung der Konzentrationsfähigkeit nach einem Meditationstraining zu messen, haben Forscher eine untrainierte mit einer trainierten Gruppe verglichen. Die Teilnehmer der Gruppe, die ein sechswöchiges Training absolviert hatte, schnitten insgesamt deutlich besser ab als die Kontrollgruppe. Innerhalb der Gruppe war zusätzlich zu beobachten, dass die Fehlerhäufigkeit der Teilnehmer umso geringer war, je höher sie ihre eigene Achtsamkeit einschätzten. Die Meditierenden erlagen beim Stroop-Test deutlich seltener der Versuchung, automatisch zu lesen und zu antworten, weshalb sie auch weniger Fehler machten als die Kontrollgruppe. Dabei wies die trainierte Gruppe eine höhere Aktivität der elektrischen Hirnströme auf, was sie in die Lage versetzt, mehr neuronale Ressourcen, also mehr Hirnschmalz, auf die Lösung der Aufgabe zu verwenden. Fazit der Wissenschaftler Meditieren verbessert die Reizverarbeitung und die Fähigkeit, sich zu fokussieren. Üben verändert das Gehirn Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Laien wie Fachleute davon überzeugt, dass die Lernfähigkeit mit der Jugend endet. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Sigmund Freud und seine Schüler rieten sogar lange davon ab, ältere Patienten zu therapieren, weil sie angeblich zu unflexibel seien. Solche Einschätzungen sind heute längst überholt, denn die Hirnforschung hat inzwischen zweifelsfrei bewiesen, dass die enorme Lernfähigkeit des Gehirns mit dem Alter zwar nachlässt, sich die eventuell entstehenden Defizite jedoch durch Training kompensieren lassen. Auch das erwachsene Gehirn bildet bei entsprechenden Angeboten ständig neue Verschaltungen, sodass Hans durchaus noch lernen kann, was Hänschen nicht geschafft hat. Alles, was uns bewegt, hinterlässt Spuren im Gehirn. Die Synapsen, die Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen werden angesprochen, neue Nervenbahnen werden gebildet oder schon vorhandene verstärken sich bei wiederkehrenden ähnlichen Impulsen. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, im Gehirn entstehen, entsprechend seiner Nutzung, gebrauchsabhängige Spuren, Bahnen, Muster oder Schaltkreise. Dabei ist Wiederholung, also Üben, ein wichtiger Aspekt. Je häufiger und je emotionaler wir etwas wiederholen, umso stärker wird die Bahn. Unser Gehirn speichert das, was wir üben. Und so passiert es auch während der Meditation. Die Spuren, die das Üben legt, lassen sich im Gehirn von Meditierenden genauso gut beobachten wie andere intensive Nutzungen. Zum Beispiel wurden Londoner Taxifahrer untersucht. Sie müssen rund 25.000 Straßennamen und 20.000 Sehenswürdigkeiten parat haben, um eine Fahrerlizenz zu erwerben. Diese weltweit einmalige Ausbildung dauert drei bis vier Jahre. Bei den Vorher-Nachher-Untersuchungen des Gehirns wurde festgestellt, dass der Hippocampus, das Areal, das für die Erinnerung an Straßen entscheidend ist, bei den Taxifahrern nach dem langen Training mehr graue Zellen aufwies. Die Geheimnisse des Körpers ergründen Achtsamkeitsübungen und Meditationen können wir hervorragend durchführen, indem wir unseren Körper beobachten. Wie unmittelbar der Körper auf äußere Wahrnehmungen reagiert, zeigt sich in vielen Situationen. Wir zucken zusammen, wenn jemand geschlagen wird und verziehen das Gesicht, wenn jemand in eine Zitrone beißt. Uns läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn wir etwas Köstliches riechen. Und wenn wir zu den mitfühlenden Menschen gehören, dann können wir manchmal sogar am eigenen Körper spüren, wenn andere traurig sind und leiden. Wir lassen uns vom Gähnen eines anderen ebenso anstecken wie von seinem Lachen. Und denken Sie an Ihre Magenschmerzen bei einem knappen Abgabetermin oder an das köstliche Herzklopfen beim ersten Date. In den meisten Fällen reagiert der Körper unmittelbar. Und zwar lange, bevor wir eine Situation mit dem Verstand erfasst haben. Deshalb sind körperliche Reaktionen eine sehr wichtige Informationsquelle. Erst durch unseren Körper können wir unsere Gefühle spüren. Wir können sie sogar im Körper lokalisieren. Trauer legt sich oft auf die Brust. Angst schlägt meist auf den Magen. Wut steckt häufig im Kiefer. Es ist also in jeder Hinsicht ein Gewinn, wenn wir unsere Körperwahrnehmung kultivieren. Als Übungen dafür haben sich die Bodyscans etabliert, die zu den besonders gut erforschten buddhistischen Techniken gehören. Bei ihnen geht es nicht darum, Gefühle oder Spannungen zu unterdrücken, sondern sie im Gegenteil genau wahrzunehmen und zu akzeptieren und dann gleich wieder loszulassen. Der Körper wird minutiös durch Beobachten abgetastet, also gescannt und dabei so genau wie möglich wahrgenommen. Da die Aufmerksamkeit systematisch durch den Körper geführt wird, entwickelt sich eine verfeinerte Wahrnehmung körperlicher Empfindungen. Es gibt drei verschiedene Bodyscans, von denen Sie sich einen geeigneten aussuchen können. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn Sie Ihren eigenen Weg durch den Körper entwickeln. Sie können im Grunde nichts falsch machen, solange Sie dabei lernen, Ihren Körper deutlich zu spüren. Das Einzige, was Sie beherzigen sollten, ist, die Übung immer im Hara, also im Bauchraum oder bei den Füßen ausklingen zu lassen. Das vermittelt ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit, das Sie gut mit in den Alltag nehmen können. Wenn Sie die Übung mit der Konzentration auf den Kopfbereich schließen, dann steckt dort die ganze Energie. Unter Umständen führt das zu Überaktivität, Spannungen oder Kopfweh. Ordentlich durchfegen Körperbeobachtung ist eine sehr alte Technik aus der buddhistischen Theravada-Tradition. Früher nannte man sie Body Sweeping, frei übersetzt den Körper durchfegen. Die Übung ist so wichtig, weil sie so viele wertvolle Aspekte vereint. Sobald Sie zu üben beginnen, konzentrieren Sie sich ganz auf sich selbst. Sie lernen sich in Ihrem Körper kennen. Ganz ohne Wertung, in reiner Akzeptanz, spüren Sie von Moment zum Moment, was ist. Sie erwerben die Fähigkeit, die Außenwelt auszublenden, was in Stresssituationen enorm hilfreich ist. Mit der Konzentration auf die Übung können Sie außerdem aus einem Teufelskreis von unproduktiven, negativen Gedanken aussteigen, denn Sie konzentrieren sich jetzt auf etwas anderes. Statt zu werten, spüren Sie einfach in sich hinein, akzeptieren, was auftaucht und lassen es los, um weiter zu beobachten, was noch auftaucht. So geben Sie sich die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit neue Kraft zu schöpfen. Die Gehirnhälften synchronisieren Von allen Body Scans ist die Hemi-Sync-Variante die größte Herausforderung, aber auch die interessanteste. Hemi-Sync wurde als Technik von Robert L. Monroe entwickelt, um die beiden Gehirnhälften, also die Hemisphären, zu synchronisieren. Gesichert ist, dass Hochbegabte, stärker als Normalbegabte beide Gehirnhälften gleichzeitig nutzen und dass Heilungsprozesse durch Synchronisation unterstützt werden. Die Synchronisation der Gehirnhälften erreicht man bei diesem Body Scan zum Beispiel dadurch, dass man sich erst auf die rechte, dann auf die linke Hand konzentriert und schließlich auf beide Hände gleichzeitig. So geht es weiter durch den Körper rechts, links und immer wieder gleichzeitig auf beide Seiten. In der Hemi-Sync-Übung werden Sie langsam und konsequent durch den Körper geführt. Wenn etwas nicht so gut klappt, wenn Sie eine Partie nicht oder nicht gut spüren, dann bleiben Sie nicht daran hängen, sondern folgen einfach weiter den Anweisungen. Probieren Sie aus, wie Sie am besten üben können. Akzeptieren Sie, dass Sie viel Zeit brauchen, um diese Übung zu beherrschen und dass es an manchen Tagen leichter fällt als an anderen. Doch schon nach den ersten Malen werden Sie spüren, wie tief die Entspannung danach ist und wahrscheinlich werden Sie fasziniert weiter üben. Das Synchronisieren lässt sich nach kurzer Zeit wunderbar in den Alltag integrieren. Am Anfang brauchen Sie zum Üben eine ruhige Umgebung, aber sehr bald schon können Sie einzelne Schritte der Übung auch im wildesten Getriebe und bei großem Krach ausführen. Dann sitzen Sie vielleicht in einem lauten Wartezimmer oder in einem vollen Bus und richten die Konzentration einfach auf Ihre Nase. Erst das rechte, dann das linke Nasenloch, anschließend auf die ganze Nase. Sie werden sich wundern, wie schnell die Zeit vergeht und wie sehr sich Ihre Stimmung stabilisiert. Die End Die End Untertitelung des ZDF, 2020